Hallo, schön bist du da. Hey, heute geht es hier um den Shelly Plus RGBW PM. Das ist das LED-Ansteuerungsmodul von Shelly. Was das Gerät so kann, wie man es anschließt, wie es hier in der Shelly App aussieht, all das schauen wir hier in diesem Video an. Gleich geht's los nach dem Intro. Ja, das ist der Shelly Plus RGBW PM. Hier kann man LEDs anschliessen und entsprechend sieht man auch die Leistung hier, die aufgenommen wird. Ja, das ist eigentlich die Erneuerung von diesem Plus-Gerät gegenüber dem Vorgänger. Gut, also eins nach dem anderen. Wenn du an Smart Home Themen interessiert bist, dann abonniere meinen Kanal. Das unterstützt mich sehr. Oder über ein Superdenks oder eine Kanalmitgliedschaft freue ich mich natürlich auch. Ja, hier ist das Modul. Ich habe es bereits angeschlossen. Die Schachtel kommt so daher. Hier eben der LED-Controller ist ausgelegt für 12 Volt bis 24 Volt Gleichstrom-LEDs. Es sind vier einzelne Kanäle, die dienmbar sind. Und hier wird angegeben bis zu 240 Watt Leistung. Ja, diese Maximumleistung habe ich nicht ausprobiert, aber ich gehe mal davon aus, dass dies passt. Ich habe hier die LEDs aktuell mit diesem Netzteil mit 12 Volt versorgt. Genau. Kommen wir kurz zum Anschluss. Hier in der Anleitung sehen wir, hat das ein Anschluss-Schema. Da gibt es vier Möglichkeiten, einerseits für vier einzelne Kanäle. Dann sind diese vier belegt und hier mit O1 bis O4, O wie Output, kann man die LEDs anschliessen. Einmal hier 12 Volt oder 24 Volt Plus und von der anderen Seite kommt dann der jeweilige Kanal. Plus können auch Taster angeschlossen werden. Hier von Minus auf den jeweiligen Taster-Eingang 1 bis 4. Dann geht es weiter beim Anschluss im Modus RGBW, das heisst Rot-Grün-Blaue LED und noch einen weissen Kanal. Dasselbe. Dann sind die Buchstaben hier massgebend. Und dann hier noch nur mit RGB. Das heisst Rot-Grün-Blaue LEDs. Dann werden diese Klemme verwendet. Ja, ich habe mir hier jetzt eine Mischunggebung erstellt. Die schauen wir uns doch gleich an. Ja. Die Dimension hier ist identisch wie die anderen Shellys. Die Klemmen hier wurden einfach etwas kleiner. Wiederum sind die Anschlüsse nicht so klein wie hier beim Jelly Add-On. sehen wir, die sind noch etwas grösser. Und das Add-On kannst du auch hierher verbinden und entsprechend noch mehr Funktionen auf dieses Gerät packen. Das ist kein Problem. Was zu sagen ist, das ist ein Plus-Gerät und noch kein Generation 3-Gerät. Gut, was habe ich gemacht? Hierher komme ich mit 12 Volt. Plus ist mir die grosse Klemme hier. Und den Minus habe ich gleich hier auf den Minuspol gelegt. Roter Draht hier geht auf Plus. Und entsprechend ist der Jelly versorgt. Dann habe ich mir zwischen T oder eben Grand Minus, wie auch immer, dann man das Ganze nennt. Und den Input 1, einen Taster angeschlossen. Und mit dem kann ich jetzt das Ganze ein- und ausschalten. Das ist die Fold-Funktion. Und dann hier auf der Ausgangsseite habe ich mir jetzt die rote LED angeschlossen vom LED-Band hier. Nicht verwirren lassen von den Drähten hier. Die Farben stimmen wir nicht überein, denn das Übergangskabel ist da etwas anders. Dann die grüne LED mit dem grünen Draht. Entsprechend die blaue LED mit dem weissen Draht habe ich so angeschlossen. Das geht hierher zu diesem LED-Band, welches rot, grün und blau LEDs hat. Und hier sehen wir dann auch nochmal die Anschlüsse mit Plus. Blau, rot und grün sind identisch. Und diese Leiter liegen dann hier auf dem Shelly an. Dann, um die weisse Farbe noch zu zeigen und zu testen, habe ich mir noch dieses LED-Band, auch 12 Volt, hier angeschlossen. Da geht dann einmal Plus auf den Plus-Pol. Und dann der weisse, respektive eben die weisse LED hier, ist auf dem W angeschlossen. Ja, ich habe jetzt hier separate LEDs. Das gibt es natürlich auch hier in einem solchen LED-Band, welches dann noch mehr weisse Töne hat. Das heisst, ich habe hier rot, grün und blaue LED und dann noch hier eine warmweisse LED und eine W für kaltweisse LED. Und das ist hier in diesem Chip alles mit eingebaut. Und auch ein solches LED-Band kannst du an diesem Shelly hier anschliessen. Ja, eben, es gibt da viele Möglichkeiten. Gut, den Shelly habe ich mir schon integriert. Und wenn du nicht weisst, wie, werde ich dir noch ein Video verlinken dazu. Gut, in der App, sehe ich hier in der Übersicht schon mal, kann ich mir den Shelly ein- und ausschalten. Und ich sehe die Leistung plus die Spannung, die anliegt am Shelly. Entsprechend kann ich mir hier die Helligkeit von der Farbe regeln oder auch die Helligkeit von Weisston separat. Was natürlich wichtig ist, zuerst, Moment, etwas hell, nach der Inbetriebnahme und der Einstellung muss man das Geräteprofil wählen. Ich habe jetzt das Profil RGBW gewählt, denn ich habe hier die RGB LED und eine weisse und somit ist es der korrekte Modus. Wenn ich nur einen RGB Lichtstrang angeschlossen habe, ohne Weiss, dann wähle ich den Modus RGB. Und wenn ich hier vier Kanäle in Weiss nutzen möchte, dann wähle ich den Modus Light. Dann habe ich vier einzelne Kanäle je zum Bedienen und Ansteuern und habe dann auch hier das Farbrad für die Farbe zu wählen nicht. Gut, wie gesagt, hier Helligkeit für den weissen Kanal und hier die Helligkeit für die farbige Seite. Ein-Aus funktioniert einwandfrei, eben hier ab Taster funktioniert auch und jetzt kann ich hergehen und mir eine Farbe wählen und entsprechend schaltet mir die LED um. Ich kann natürlich auch die Farbe editieren und sagen, okay, machen wir da mal 0, hier auch 0, gut, und hier 255 für blau, eben, und dann habe ich hier nur noch blau. Das kann ich machen, dann kann ich mir hier Favoriten anlegen und entsprechend aufrufen. Hier kann ich sie löschen oder eben sagen, ich hätte gern sowas. Ah, jetzt habe ich hier einen Wackelkontakt. So, die Aufmerksamen haben das schon bemerkt. Und sage hier Speichern und dann hat es mir diese Farbe hier unten angelegt. Und kann sie entsprechend aufrufen. Ja, was gibt es noch zu sagen in der App? Hier die üblichen Geschichten. Hier habe ich gesagt, das Geräteprofil ist sehr wichtig. Dann gibt es noch den Hochfrequenzmodus. Da könnte man umschalten, wenn man Probleme hat. Da könnt ihr selber nachlesen. Dann gibt es die Möglichkeit, anstelle eines Tasters, hier auch diese Eingänge als Analog-Eingänge zu nützen und ein Potentiometer anzuschliessen und damit was zu machen oder ein- auszuschalten oder die einzelnen Farben zu steuern. Diese Möglichkeit gibt es auch. Eben, Eingänge sind aktiviert. Schalterlogik könnte ich invertieren. Taster Fade-Zeit. Hier kann ich auswählen, wenn ich hier drücke, wie schnell das Ganze faden soll. Dann die Minimalheiligkeit kann ich mir hier anlegen. Übergangsdauer, wenn ich von einer Farbe zur anderen Farbe wechsle, dann kann ich das hier auch einstellen, um sanftere Übergänge zu generieren. Hier, für mehr, bin ich jetzt auf 1, 4, 2. Und hier gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Ja, das ist schon alles, was es hier zum Einstellen gibt. Ja, dann wechseln wir doch hier kurz mal den Modus. Hier habe ich ja jetzt eben Weiss und die Farbe, wo ich einstellen kann. Wenn ich hier den Modus auf RGB wechsle, das Gerät wird nun kurz neu gestartet. Und jetzt kommt das Ganze so daher einschalten und kann danach dimmen. Und der weisse Bereich ist jetzt nun weg und hier ist alles identisch geblieben. Was noch zu sagen ist, auch hier, es gibt einen Nachtmodus, um zu sagen, in der Nacht, mit welcher Helligkeit das Gerät eingeschaltet werden soll. Gut, und dann schauen wir uns noch das letzte Profil an. Licht. Speichern wir das. Hier haben wir jetzt auch wieder ein, aus. Jetzt kommt rot und wir sind eben auf dem Kanal 1. Das sehen wir hier. Wir haben jetzt vier Kanäle. Das sind die vier Ausgänge. Ich kann diese jetzt einzeln ein- und ausschalten. Das ist jetzt der weisse Kanal. Nein, der blaue oder grüne gewesen. Der weisse und hier der rote. Jetzt konnte ich hierher gehen und jetzt das Ganze so auch dimmen. Hier entsprechend einen Namen vergeben. Und so alles einzeln steuern. Gut, was mir jetzt auffällt, ist, die Leistungsmessung habe ich jetzt aktuell nicht mehr. Ich weiss nicht, ob man die jetzt noch aktivieren könnte. Da bin ich jetzt nicht so im Bild. Aber jetzt könnte ich mit diesem Shelly drei oder eben vier Weissgruppen steuern oder was auch immer. Ja, das ist natürlich auch eine spannende Sache. Gut, ich hoffe, ich konnte dir das Gerät etwas näher bringen und du kannst das in deinen Projekten einsetzen. Ich danke dir fürs Zuschauen. Ich freue mich auf einen Daumen hoch und bis bald wieder auf einem an meinem Kanal. Und tschüss. 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 Tschüss.